Yo! Willkommen zurück zu Trials of Mana. Immer noch dem Kackschlund. Steht da was anderes jetzt? Ich hab den noch besiegt. Es steht dasselbe. Boah, was ist das? Oh man, ey. Weil die Attacke nicht funktioniert irgendwie. Diese da. Da blockt dann jemand die Special-Angriffe. Aber es geht nicht. Komm, ich lauf einfach durch. Ich kann nicht drauf verzichten, weil es einfach so lange dauert. Ich kann nicht drauf verzichten. Ich kann nicht drauf verzichten. Äh? Ach so, jetzt liegt ja das nächste Areal. Was? Ich bin draußen? Echt ne richtige Scheißhöhle. Ach, hier war ja der Kampf. Was? Wann kommen? Das ist das. Blondons da ist die kiste ich dachte schon wenn es auch nur eine und goldsachen samen so wie viel fehlen wir noch vier stück auch nie Das war's für mich. So, nächste Zwischengegner oder was? Das sind doch alles, die wir schon mal hatten, oder? Jo, den Maulwurf hatten wir auch schon. Der Juwelenfresser. Ich bin ja mit den Zaubern jetzt viel besser, deswegen... Was ist das Gewitter? Im Kopf. Und Wirbelsturm, Gewitter und Wirbelsturm. Und das ist das, was wir noch nie wiederhosen. Ich bin ja nicht in der Lage, dass wir noch nicht wiederhosen. Als ich nicht in den Zaubersturm. Ich bin ja hier, dass ich in den Zaubersturm rege. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Können wir auch mal benutzen Ich geh doch in dem Moment einfach da weg Jetzt hab ich mich wieder vergilfet Oh, klick, verbrückt 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 Oh, klick Oh, klick, verbrückt Oh, klick, verbrückt Oh, klick, verbrringe Oh, klick, verbrобод Oh, klick, verbringt mal kurz orientieren ich glaube das war nur ja da ist doch noch ein so warte mal hier ist die tür ja das wäre der nächste weg aber wir machen jetzt ein bisschen aufrüstung dann war es das hier mit dem part weiter geht es dann im nächsten wo wir einiges an punkten bis 21 komme ich da auch das ist gut möchte ich gleich ausrüsten aber gegen was da hieß das jetzt ich weiß nicht mal wie das hieß gerade so bei ihr gehen wir auf da ist und bei ihr auf die magie oder intelligenz hier ich könnte auch so machen aber es ist ein bisschen krass ich habe ja immer noch neun punkte erdbeben plus explosion stachelfrost da kann ich nämlich zwei sachen mit erlernen so dann würde ich sagen das war's für heute ich bedanke mich fürs einschalten gebt den daumen nach oben und haut drin bis dahin tschüss ich 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 ich